Willkommen zum zweiten Teil von Work Heaven in der Schule Hier ist es immer noch wieder Polizist Was? Oh nein! Das ist immer noch nicht gut festgenommen Warum fährt er irgendwo hin? Das war nur die Polizeistation Die dringte mich erstmal nicht hier hin Oh nein! Was hab ich getan? Ich hab... Ich bin unschuldig Warum... Warum kommt der nicht ins Gefängnis? Warum kommt der nicht ins Gefängnis? Der rammt einen Polizisten Nein, das war mein Haus 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 Gute Morgen! Steht der Jeep eigentlich nicht, wenn ich meine Jeep gerade Lass ich aufmachen Okay, ich will keine Klinge dafür Nein, der ist mein neuer Nachbar. Nein. Dieser Typ, der mich aufzunehmen wird, ist mein neuer Nachbar. Hi. 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 Oh! Oh! Dann nehme ich mir jetzt mal mein Auto und dann fahre ich damit zur Arbeit. Wir sehen uns dann gleich wieder. Es ist noch ganz früh morgens. Wir sind endlich beim Dulux Dinner angekommen. Da wo ich noch arbeite. Endlich! So und es ist auch jetzt morgens. Das heißt jetzt, äh, ich nehme den Laden. Warum, glaub ich, ich packe jetzt. Auch hier ist der Drive-True. Dann packe ich wieder hier auf den Bordstein. Oh. Oh. Okay. Es wird niemanden. Hey! Okay. Okay. Mein Auto aufgeschlossen. Ich kann hier einziehen. Ich kann hier einziehen. Ich kann hier einziehen. Das sage ich euch. Gut. Gut. Genau. Ist offen. Dazu nicht. Nein. Nee. 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 Die Lüft ist so. Was nun kommt so fort? Das ist so. Das ist so. Was wollen Sie? Ich biete euch die Inundation. Jetzt hat das richtig leckeres. Das ist so schön. Das war's mit der Folge. Wir werden gleich da hinten einziehen. In der nächsten Folge bis dahin. Tschau.